nicht getötet. So, hallo Leute. Herzlich Willkommen. Wo ist denn die Sonne? Oh, ne, es ist gerade Mittag, wollen mich verarschen. Ich mache mich jetzt auf die Suche. Und die Gates. Mir geht's gut und Maria und Flo müssen jetzt mal die Klappe halten. Mal jetzt aufnehmen. Ja, ich nehm schon auf. Oh, du Lappen, jetzt ist sie im Let's Play. Na und? Ciao. Oh, ne, tschüss. Hallo, ne, tschüss. Oh, ne. Hallo, Tschüss, komm. Philip, halt, ihr Fressejunge. Nö. Ja, genau, das ist unser neues Format. Wir nehmen die RR jetzt auf. Der nimmt da nicht aufgefasst. Ja, aber dann haben die Sankt Schäuze oder eine oder andere Worte wird dann schon so mehr alleleitern. Ah. Ich nehm schon, nein. Dann tun. Ihr tun unsere Zuschauer leid. Seit wann das denn? Ah, ich hab so ein Muttersch... Gefühl... Hast du noch, als wir die Massen-Mails verschickt haben? Boah, was für ein homophore Wichser. Guck, T-Time. Hä? Achso, ja, das war lustig. Du kannst nicht labern. Du hast eine Mädchen-Stimme. Guck, T-Time. Ich mal, Digga. Hey, lass'n Pieper. Äh, ich komm mir nicht runter. I'm gonna fuck, Ma. So, ich geh jetzt ins Ende. In NETA, mein ich. Na, mach' das... Pass! Nein, ich geh nicht in NETA. Ich hab' keine Frames hier drin. Das geht nicht. Wieder raus. Nein! Jarestrial! Hey nurel, der ist verratt verbessern library Mann. Ich bin grad auf der Vault, Junge. Bei mir läuft alles lack frei. Bei mir aber nicht. Tja, ist das das schweigste. Ja, hm... Philip, die Grafikkarte für 60 Euro habe ich auch drin die ist gar nicht so schlecht das glaube ich kann ich höchstens auf höchsten Grafikeinstellungen also zumindest auf Full HD Black Ops 2 flüssig spielen Black Ops 2 habe ich schon lange nicht mehr Call of Duty habe ich abgeschworen Max und ich sind da jetzt richtige Battlefield Fans Na Max Prozent ich sehe das schon wie wie die Ernte Serie in den Dreck ziehen wird älter und heute kommt die Leute öffnen wir uns in Battlefield 1 20 2 14 und das ist nicht der Teil sondern das ist der Teil 2342 was darfst du ja die die ziehen jede Serie in den Dreck Alter Philipp kannst du dir auch meine eigene Meinung bilden anstatt die von anderen YouTuber diese scheiß Meinung abzugucken aber es ist erst erst du hast das Game nicht ja zweitens hast du auch schon mal ein ordentliches Spiel von EA gespielt außer SimCity oder was ja zum Beispiel oh ja davon hast du wie viele Vollgänger gezockt 3 super ich habe alle gespielt und die Serie ist äh nicht schlecht geworden ich muss essen ja du gehst jetzt essen wenn wir gerade angefangen haben aufzunehmen ja entschuldigung ne ja echt man du hast doch gesagt du hast schon gegessen ey ja es hieß 20 Uhr nein das habe ich nicht gesagt ey es hieß 19 Uhr nein ja dann sag deinen Eltern du kommst später zum Essen weil du jetzt noch die Folge zu Ende machst so etwas mit der ausschließend sein auch so ein Kies ich schreibe jetzt die Koordinaten auf nehmt mit oh da ist Thomsen da ist Janis mach Ende 1 Brot schwer Koordinaten aufschreiben in einer Männersucht er hat sich um F3 drückt er das Schuss reizwust werden das geht voll auf die Arie X ist 102, Y braucht man nicht. Wo steht ihr? Nein. Na dann. Mist. So, F3 und wir snacken uns ein Boot und nicht fahren. Was hast du Reliefs abgeschrieben? Nö. Macht das, ne? Nö. Hammer nice! Geil! Das könnt ihr euch nachher im Netzplayer angucken. Nein, ich will das wissen. Tschüss. Ich gucke jetzt mehr Endermänner. Irgendwo, keine Ahnung. Lol. Da leckt gerade ein Boot vor sich hin. Ja, da ist das Wachs dran. Achso. Hammer nice. Das ist eine geile Welt, wo wir hier sind. Ja, ach nee. So. Now I need Nether. Haben wir Nether? Wie kann man ein Nether haben? Na also diesen Blöcke. Weiß nicht. Die, die man anzündet, die dann ewig brennen. Achso, ja, davon dürfen wir ein paar haben, glaube ich. Haben wir. Gut. Hey, fahr weiter. Oh nein, die Strömung wird zu stark. Es gibt Strömung. Es gibt Strömung. Es wird Nacht. Es wird immer noch Nacht. Seit wann gibt es Strömung in Minecraft. Es gibt schon ewig. Gibt es nicht, gibt es nicht. Wasserströmung natürlich. Ja, aber ich meine mehr. Achso. Das weiß ich nicht. Ich bin nicht so oft im Boot. Ich fahr eigentlich im Singleplayer oder so fahr ich nie Boot. Fucking Seelensend. Ey, wisst ihr was? What? Wir sollten uns bei der LAN-Party so ein richtig dickes Haus bauen, Alter. Da! Haben ihn gefunden. Now I need noch zusätzlich, äh, Feuerzeug. So, ich hoffe mal, dass hier Endermänner spawnen. Unsinnig. Hier ist zwar keine richtig gute, klache Gegend. Ach, hier waren wir schon mal. Ja, ich erinnere mich. Hier war ein Eingang von der Höhle. Brauchen wir noch Wolle? Nein. Ich fahr noch weiter, glaube ich. Hier spawnen keine Endermänner. Händler Frauen. Oh, okay. Kann es sein, dass wir keine einzige Zweizel haben? Das hab ich mitgenommen. Exakt. Mordi Neu ist, wir haben genug. Oh, man kann jetzt Fackeln auf Glas platzieren. Das, äh, dazu sag ich jetzt mal nichts. Ja, ich spiel privaten diese vier Minecraft-Außen-Len-Let's-Place. Ich hab auch nicht. ich hab meinen momentan ist mein Kraft Projekt er Prozent der Spielberg mit dem Flughafen eingestellt das oder ja das ist nachher Zeit aus kein Spaß oder Zeit sucht man das wieder ewig es ist halt einfach so obwohl der Flughafen schon relativ weit fortgeschritten ist und mein Headset ist schon wieder leer ja dann ist die eine Folge auch vorbei dann mach ich heute diese Folge etwas länger au warte ich muss erst mal mein Headset Kabel finden NOL NOL und dann die Turntables die da mal an und so 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 ja was machst du denn da oh leck mich doch man kann sich auf der Leiter stehen und alles anzünden mach Philips Haus weiter kaputt baust mach baum auf Philips Haus komplett ab ah scheiße ich hab mich selber gezendet du bist dumm ja ich weiß Korti baum auf Philips Haus komplett ab nö das macht mal verbrändiger das ist ja schon komplett abgebrannt das hab ich ja schon gemacht ja aber es ist hauptsächlich aus Steinmachs ja deswegen soll ich es ja abbauen ey ich bau da jetzt aber ne ne Mist doch ne ooooh 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 leck mich doch du scheiß creeper die explodieren alle obwohl ich schon weit genug weg bin und hier ist kein einziger Enderman wo's spawnen in der Liebsten wo ja du bist dumm ich bin von dem Baum gefallen ja oh oh ooooh 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 ich bin von dem Baum gefallen bei ungefähr drei Leute ooooh ooooh warum Springen spinnen ja ne das nervt einfach weil diese Springen spinnen Nein, da werden sie auch nicht spawnen. Da ist nämlich auch kein... Endermänner spawnen gerne Flachland und Sand, ne? Alter, kleine Ahnung. Ich auch nicht. Warum sind die denn immer mit Dreckblöcken rumgelatscht? Vor allem, ich finde auch keine. Ich finde keine Endermänner. Ich suche auch nicht richtig. Fahr. Daran liegt es. Brems. Brems. Aber hier werden sich auch keine finden. Die Zuschauer werden sich wahrscheinlich... Die ultimative Minecraft-Kenner unter uns werden sich zum Beispiel alle den Kopf zerschlagen und... Keine Ahnung. Ja, aber was ist das für ein dummer, wo sucht du denn nach Endermänner? Ja, ich weiß, ich kann doch noch ein Dach drauf bauen, ne? Oh, warte, dass ich vergesse, ich weiß nicht, aber das sieht aber scheiße aus. Hey, du Wixler. Nee. Es ist nicht schön. Leuchtet zwar voll und so, aber scheiße drauf. Hey. Wo bin ich denn hier gelandet, Alter? Das dumm ist... Sprungangriff! Ich hab ein Skelett getillt, ohne dass es mich getroffen hat. Bis. Ab in den... Fuck! Oh, ich muss endlich passen, Fett, Jürgen. Spaffen immer wieder am Spaffen. Ob man ein Skelett anzünden kann? Ja! Ich hab' das Skelett angezündet, dann ist es gestorben. Na, warte, ich hab' auch ein Endermann gefunden. Und ich hab' ihn eingeguckt! Huh! Dann tötet ihn! Ich finde keiner. Er ist weg, er ist weg und ich bin im Wald, das ist echt bitter. Dann ist der Wixler, der kommt. Huh! Macht ihn fertig. Ah, er legt im Raum. Wir sehen nicht! What the fuck! Wieso? Ich hab' aber nichts bekommen. What? Ja, ich hab' aber auch einen angeguckt. Alter, was ist das denn? Wie wird denn diese Welt generiert? Warum? Ich bin ein Kreis gelaufen und wieder zurückgekommen, ja? Wie dumm bin ich eigentlich? Ich fahre extra Meilen weit weg und bin wieder zurückgekommen. Ja, da ist noch einer. Ja, da, 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 da! Ich rate die, äh... Da, da! Da oben ist er! Jetzt ist er irgendwo anders. Da, da! Jetzt ist er wieder weg! Boah, der ist gut, da ist er! Boah, da! Alter, was ist das für eine hammergeile Welt, ey! Da oben bau ich was hin! Das ist mein Gebiet! Hammer! Ich geh' auf den gegenüberliegenden Werk hier! Ja, ne, es ist meiner! Du, Wichster! Ja, ja, ja! Ey, du hast deine Hände verloren! Ja, der ist kaputt! Meine Eisenrüstung ist schon voll im Arsch! Mach dir noch eine neue! Wir haben nur einen 64er-Läucherten Pfeil in der Schulter! Und der Dick ist wieder da! Ja, das bringt mir jetzt ganz wenig, weil das ist aber gleich wieder... ...started! Echt? Ja! Zombie anzünden! So, dann wollen wir mal gucken! Nein! Faken! Ach, Mann! Ich war schon wieder nicht im Bett! Da ist ein Creep auf unserer Base! Lol! Warum prügelt ihr euch? Weil da ist ein Creep an unserer Base! Deswegen prügelt ihr euch! Nein! Ich hab' deinen Endern geklaut! Aber der kann da alles kaputt machen! Ey, ich hab' nur Ender-Pferde! Ach! Wo habt ihr denn Endermänner gejagt? Im Wald! Im Wald? Ja, guck, warte, wo bist du? Komm zu mir! Äh, ich bin am Arsch der Welt in der Wüste! Ach so! Ja, dann geh' Endermänner jagen! Im Wald, der hinter dem Haus ist! Ich weiß, es ist heute Tag geworden! Ja, dann machen wir bald wieder Nacht! Nein! Ja, das ist auch mit der Scheiße! Äh, Null ist nicht Nacht, Null ist Tag! Normalerweise ist Null Tag! Ne, warte, ne, stimmt, ja, ja! Leute, nicht schieten! Wir wollen aber nur End- Hallo, sonst kriegen wir es! Sonst kriegen wir nie Tag! Sonst kriegen wir nie Tag! Sonst kriegen wir nie Tag! Äh, äh, äh! Äh, äh! Äh, äh! Äh, äh! Äh! Oh! Jetzt ist Nacht, jetzt könnt ihr in den Wald gehen! Guck mal, wie schnell ist Nacht geworden! Extremer Tag- und Nacht-Zyklus! Äh, äh! Deine Mutter hat nen extremen Tag- und Nacht-Zyklus! Du aber auch hier! Boah, jetzt müssen wir mal so ne Scheißviecher auch spawnen! Boah, das war ein Street-Six-Tie! Äh! Boah, jetzt fällt mir grad auf, warum ich immer gegen dich nicht verliere, Mann! Ich hab' keine Eisernwassungen! Ach! Soll's vielleicht meine Hand ziehen, wär' so ne Idee, Janis! Und hör' jetzt auf uns zu betteln, weil meine Rüstung ist wirklich voll am Arsch! Hallo! Neh! Ihr Jungs, ihr seid dumm! Jungs, hört ab mit der Scheiße, Mann! Jungs, hört ab mit der Scheiße! Ich bin auch! Hey! Hey! Ich wollte nicht mehr so einen Sporn zu machen, du hast eine 말씀. Hallo! Wat bin ich? da Nein, Janis! Ah, ich brenne, ich brenne! Ah, jetzt brennt's! Der Boden brennt auch! Raus aus deinem Haus, Max! Du wechseln! Jetzt hörst du dich immer wieder selber an, du Schwanz! Ich weiß, jetzt bin ich tot! Hallo Leute, herzlich willkommen! Tschüss! Genau, als ich auf rechtsklick gedrückt habe, um dir nochmal eine zu geben mit dem Feuerzeug. War linksklick. So! Kommt, das nehmen wir jetzt auch noch mit auf hier. Aktualisieren! Heute müssen wir schon wieder online. Anmelden! Upsi! Bei mir noch nicht! Jetzt! Ich bin drauf, bitte! Ich auch! Anmelden! Oh, ich bin auch drauf! Oh, es geht schon weiter, Leute! Ach so! Oh!